Wir kommen zurück zu einer weiteren Folge von Resident Evil Revelations. Und ja, wir sind hier auf der Queen Zenobia, sind in eine Falle getappt. Ganz viele BOWs sind hier und das freut uns natürlich tierisch. Total. Ähm, ja, wir müssen jetzt weiter dort lang, wo wir herkamen. Schön, dass es hier speichert. Nein, 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 nein. Warum finden die mich immer so anziehend? Und warum laufe ich nie so weit, dass einfach mal unser Partner hier mit dabei ist? Oh, komm schon. Seriously, so. Nein, du bist ja immer noch am Leben. Parker, mach das mal ordentlich hier. Ja, steh da. Warum? Hallo? Weil ich eine Frau bin, bin ich anziehender oder was? Der Typ steht direkt neben dir, zieht mit einer Waffe auf dich und du machst nichts. Oh, ja, Ziel nicht gefunden. So, ist hier sonst noch was? Och, komm, das hat gerade wieder so Einbrüche. Okay, das ist Pistolenmonition. Warte mal, wir haben doch Pistole verwendet. Ja! Können die komplett mitnehmen. Sonst war hier nichts. Oh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass da irgendwann mal von oben was kam. Aber es kann auch einfach nur ein ähnlicher Raum sein. Keine Ahnung. Ja, komm mit rein. Okay, gut. Ich fühle mich nicht mehr so alleine. Wir müssen auf jeden Fall einen Funkspruch absetzen. Damit die Leute wissen, wo wir sind. Ach, dass hier wieder einer war, das ist ja auch klar. Oh, ja, mein Gott. Ich wollte ausweichen, ich wollte ausweichen. Klappt super, das Ausweichen, wie man merkt. Oh, ich habe doch was zu heilen. Tut nicht so, als hätte ich nichts zum Heilen. Och, Mann. Ja, voll in die Ecke gedrängt. So, meine Güte. Parker kann auch nichts machen hier. Hier gibt es noch einen. Yay. Ich freue mich. Oh. Ja. So kann man auch zu einem Brei werden. Ähm, was ist das für ein Zimmer? Ach, das ist das mit der Schrotflinte. Genau. Ach, da war ja noch die Munition an der Seite. Aber ich habe immer noch nichts, was ich dort einsetzen kann. Also bringt uns das hier noch nichts. Aber den Raum müssen wir uns merken. Also, so wie es klappt, ne. Ich habe echt gedacht, der kommt jetzt aus der Kiste raus. Nein. 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 Aua. Nein. Ich habe nichts zum Heilen. Ich habe nichts zum Heilen. Oh mein Gott. Tschüss. Geht auf. Weiter. Da. Oh mein Gott. Nein. Ach, die sind schon. Oh nein. Das ist so ein... Oh, ich hasse dieses Vieh. Ich hasse dies so sehr. Oh. Meine Güte. Ich stelle mich auch zur Zeit an. Richtig schlimm. Ich brauche was zum Heilen. Ich muss mich beruhigen. Halt. Regeneriert sie sich nicht von alleine? So ein bisschen zumindest, wenn ich mich nicht bewege vielleicht? Ich weiß es nicht. Ähm. Toiletten. Toiletten. Da war nichts. Da habe ich das schon mitgenommen. Also gehen wir in die Tür da weiter raus. Gib mir was zum Heilen, Parker. Genesis. Vielleicht. Vielleicht hat Genesis was für mich. Hab das wohl kaum vergessen einzusetzen im Gang davor. Nein. Nein. Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, ich sterbe jetzt. Ja, jetzt bin ich tot. Ah, weil ich nicht aufgepasst habe. Yay! So, fortsetzen, ja. Ach juhl, ja, klar. Hab ich mir schon gedacht. Ist hier noch irgendwas beim Raum danach? Ach, dahinter, okay. Kann ich das gerne wenigstens nachholen? Und nicht versuchen, auszuweichen. Ich schieße jetzt nur noch drauf. So. Ich erwarte nicht mehr, dass Parker irgendwas für mich macht. So, die haben wir mitgenommen. Gut. Dann können wir hier weiter. Hier war doch... War hier einer? Ich meine schon, oder? Ne, hier war gar keiner. Genau. Hier war nur an der Stelle. Gut. Ja, wir müssen ja jetzt hier weiter. Hier war ja direkt der. So. Und. Wenn ich mich nicht irre, war doch der direkt dort. Das ist mir wert. Weil der da durchaus direkt stirbt. In dem Raum... Brauche ich die Pistolen, Muni? Ja, komme ich denn jetzt mit. Ich werde bestimmt nicht eh die Komplette mitnehmen können. Nehme ich mal an. Ja. Konnte ich nicht. Aber ich konnte wenigstens für mich maximal auffüllen. Das ist schon mal viel wert. So, den habe ich ja schon gescannt, ne? Ja, den habe ich gescannt. Upsa. Mit der Maus. Ähm, da lang. Gut, hier ist sonst nichts weiter. Und dann der kleine Klingentypi da direkt vor mir. Nein. Nein, 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 nein. Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. So, der ist erledigt. Jetzt nur noch der hier. Ach, puh. Oh, der ist so ätzend. Diese Klingentypen sind wirklich richtig, richtig ätzend. So kann man das natürlich machen, indem man gar keine Heilung verwendet, ne? Dann kann ich nämlich auch in die Toiletten reingehen. Dann habe ich kein Problem damit. Gegen den einen Typen zu kämpfen, der dort ist. Uah, vielleicht doch. Weißt du, Parker ist direkt hinter ihm. Hinter ihm. Und der macht nichts, er greift nicht an. Nö, warum auch? Ähm, ist hier sonst noch irgendwas? Ne, hier war sonst gar nichts. Außer die Heilung, die ich schon am Anfang mitgenommen habe. Verdammt. Habe ich das mal gewusst. Okay, ist jetzt halt nur mal nicht zu ändern. Der Typ war ja auch direkt hier. Nein. Uh, das hat ja gut geklappt. Wow, ich bin erstaunt. Ich, ich drück einfach wie blöd. Hauptsache es funktioniert. Hauptsache ich werde nicht getötet. Weil ich habe zwar ein bisschen rot drumherum, aber das ist mir noch zu wenig, damit ich mich heile. Ich bin noch kein Grund genug. Ähm. Oh nein, da war ja der Typ drin. Ne, ne, ne. Ich gehe hier wieder raus. Egal, ob da irgendwas drin ist für Genesis. Ist mir voll, voll egal. Ich gehe da wieder raus. Und, äh. Ah, Mann. Blöde Maus. Geht echt schwerfällig. Ist aber auch nett gemacht, ne? Müssen wir den ganzen Weg zurücklatschen. Da können wir noch nicht hin. Da fehlt uns noch was. Okay. Trau dir mich. Oh, ein Fahrstuhl. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Okay, da ist nichts drin. Okay. Huh. So, äh. Ne, wir nehmen die Brücke. Wir sollen zur Brücke. Also nehmen wir die Brücke. Unsere Kabinen können wir uns auch zu einem späteren Zeitpunkt angucken. Los, Packer. Geh. 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 Mann, oh. Okay. Guck mal, das wurde schon mal aufgeschossen. Hier ist jemand durchgekommen, ja. Allerdings. Soll ein... Das beunruhigen oder beruhigen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es hier echt verdammt schmal und eng ist. Oh, Heilung. Oh, ist das schön. Hier ist nichts. Außer Klamotten. Ich glaube, später ist ja auch mal ein... 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 Monsterchen drinne. Schrotgewehr. Die anderen sind alle kaputt und die habe ich schon angeguckt. Okay, wir sind auf der Brücke. Ja, Packer auch. Weil er direkt hinter dir ist. Aber das sieht nicht gut aus, ne? Oh, oh, da lag was. Da lag was. Oh. Munitionskiste, Pistole. Oh, das ist toll. Erhöht die maximal tragbare Menge an Munition. Sie können die Maximalkapazität über das Menü in Erfahrung bringen. Oh, das ist geil. Das ist richtig, richtig geil. Jo, liegt hier sonst noch was, bevor ich sehe, dass das alles zerstört ist und wir keinen Vonspruch senden können? Sieht zumindest sehr arg danach aus. Das Kommunikationssystem ist komplett zerstört. Wir können den Kurs nicht ändern. Wir sind vollkommen manövrierunfähig. Wie es aussieht, kann der Täter noch nicht weit sein. Sag jetzt nicht, dass das der Schlepper war. Mist, wir sitzen fließt. Jill! Kalt! Waffebeek! Du zuerst, Parker. Wer zuhörl bist du? Waffebeek! 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 Vielen Dank.